Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Es geht weiter in eine neue, wunderschöne Woche hier bei uns und Baxi hat eine Waffe hergestellt. Das wurde Baxi, ja Baxi, du bekommst das Plasma-Gewehr. So, dann haben wir hier... Was machst du da schon wieder? Ich hab dich doch da rausgeschickt. So, Shop Green hat jetzt eine Ausdauer von 6. So, wollen wir mal gucken. Äh, in die Sporthalle. So. Äh, sie wollte auf 6, alles klar. Und wie ist das Handy? So viel verwechsel ich dich ja nicht, oder? Wo hab ich dich verwechselt? Hab ich dich am Top-Sack nochmal verwechselt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wegen Lero müssen wir gucken. Ich werde jetzt diese Woche mal schauen, ähm, ob er finanziell was dazu bekommt, außer diese 2%. Und wenn es nicht der Fall ist, dann werde ich all seine Sachen in den Shop packen. Damit alles nochmal neu gekauft werden kann. So. Vasco würde mit Shop Brooks gerne A auf 5 machen, sagt er. Wo ist er denn? Wer ist hier eigentlich noch? Der Hosenkobolt. Der hat jetzt E auf 4. Jetzt hab ich ihn abgezogen, ne? Der Hosenkobolt. Ja, nice. Hab ich gemacht. Und jetzt kannst du wieder zurückkehren. So, die 0-2 trainiert noch fleißig vor sich hin. Vasco ist fertig. Ne, gar nicht. Das A. Achso, A. So, Vasco. Was? Du müsstest ja 4 haben jetzt A, ne? Naja. So. Wo ist er denn? Äh, auf 4 trainieren. Alles klar. Wieso habe ich Vasco 900 abgezogen? Achso, weil er wahrscheinlich es dann eh noch trainiert hat. Aber habe ich ihn die 1000 auch abgezogen? Ja. Ich muss mal hier alles wieder klären, damit das alles irgendwie ein bisschen ersichtlicher für mich ist. So. Wir müssen dein Mr. Handy wieder verschieben. Ich hasse es. Wo habe ich dich jetzt hingeschickt? Ich weiß es nicht. Bleib hier. Geh doch nicht weg. So, wir haben jetzt hier eine Riesenreihe an Leuten, die irgendwie rein wollen. Und wir haben Julian, der tot ist, direkt mal ein Teddy mitgebracht. Hauptsache, du machst noch Plus. War das deine Waffe vorher? Ich weiß es nicht. Das muss ich mal gucken. Ansonsten hast du eventuell eine neue Waffe. Und dann sag mir am besten selber Bescheid, ob das deine Waffe ist. So, der Löwe. Komm zurück. Bruder, komm zurück. Du bist schon zurück. Joshua. Kara. Vault Explorer. Vault Explorer. Vault Explorer. Und zurück in the Vault. Alles klar. Dann schicken wir sie mal rein. Aber bevor ich das mache, bevor ich sie reinschicke. Erstmal kurz aufräumen. Vault Promi. Den lassen wir ja noch drin. Wir haben zu viele Sachen, Leute. Wir haben zu viele Sachen. So. So. Ich wollte hier reingucken. Verwerte acht Waffen oder Outfits. Ich habe gerade eine Waffe verwertet. Ich habe gerade eine Waffe verwertet. Aber 100 Pro. Okay. Kein Problem. Wir nehmen hier den Vault Explorer. Und wir sammeln alles ein. Außer das Garn. Einen Bramileder packe ich mal in den Shop. Und dieses rostige Gleisgewehr. Wieso trägst du das? Hätte ich nicht. Weil du eine verbesserte Kampfflinte gefunden hast. Nice. Also. Rostiges Gleisgewehr kann man nun kaufen. Ja. Sommeln wir mal ein. Und dann. Nix. Verwerte. 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 Ach so. Verwerte. Visigem bringen. Ja. Jetzt ist voll. Okay. Dann. Was haben wir für Schrott am Start? Ziemlich viele blaue Sachen. cooperationball handschuh. Klebeband. Garen. Wecker. So. Der Rest bleibt mal hier. So. Wir müssen mal unsere Vault wieder ausbauen. Puh. Wir brauchen noch die... Warte kurz ne Sekunde. 60 Bewohner, alles klar. Wieso kam ich grad auf 100? 100 waren nur Cola-Apfel. Wir brauchen noch die 60 Bewohner. Das sind noch 4 Bewohner, die wir benötigen. Oh Junge. So, das lassen wir mal kurz. Ich muss hier weiter verwerten. Ja, ein Spielzeug-Auto, wuuuh, ist der toll. Nee, das verwerte ich jetzt mal nicht. Nichts. Alles wieder verwerten. Wow. Das hat uns sehr weit vorangebracht. Ein Baseball-Handschuhe, nice. Ein Strahl-Handschutz dazu kriegen wir eine Lupe. Und die Räderrüstung, so. Die Ausbeute ist echt mager, ne? Reicht das nicht allmählich? Das reicht. Bringe 8... Nö. Sammle 170 Nahrungen unter einer Minute. Das können wir machen, wenn wir den Quest gefunden haben. Apropos Quest. Ich hoffe, es bleibt noch ne Weile. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt zurückschicken. So. Normale Gegenstände verkaufen. Ihr bekommt erstmal 5.480 durch 2. Dann ein Teddy und eine Schaufel. So. Mal gucken, ob die sich das schon eingeteilt haben. Ein verbesserte Institut. Pistole. Nice. Mal ein bisschen was zum Sammeln. Werden wir das eines Tages zusammenkriegen? Man weiß es nicht. So. Jetzt gucken wir mal nach. Aber erstmal schicken wir euch wieder zurück in den Raum. So. Wird die Quest noch da sein? Am Ende des Regenbogens. Eine Lunchbox, Leute. Eine Lunchbox. Wer möchte auf diese Quest? Wenn sich keiner finden lässt, werde ich übrigens die Vault-Bewohner nehmen. Und alles, was da gefunden wird, dann quasi versteigern. Also beziehungsweise verlosen. Das heißt, ihr habt jetzt bis morgen Zeit. 24 Stunden. Na gut. Eigentlich sind es. Eigentlich sind es weniger. Ich will ja heute Abend wieder aufnehmen. Das heißt. Ihr habt bis um 20 Uhr Zeit. Dann nehme ich wieder auf. Heute am Montag. 20 Uhr nehme ich auf. Da solltet ihr euch entscheiden. Und wer auf diese Quest möchte. Alle die natürlich schon waren. Es tut mir leid. Ihr wart schon. Das passiert halt. So. Wir haben es. Uh. Friseur. Zack. Okay. Deadline. Weißt du was? Wir schicken dich erstmal zum Friseur und danach kannst du deine Klamotten erstellen. Ich denke, das ist ein fairer Deal. Das dürfte fair sein. So. Du gehst jetzt mal hier runter. Denn das nächste Mal, wenn wir uns einloggen, haben wir dann nämlich diese Quest hier beendet. Ich würde ja das hier gerne machen, ne? Uah. Aber. Es kommen einfach keine Skorpione. Es kommen einfach keine Skorpione. Es kommen einfach keine Skorpione. Es ist kacke. So ist Shop Green. Mit dir ist auch vorbei, ne? Mit dir ist auch vorbei, ne? Geh mal kurz ins Lager. Bis du übernommen wirst. Ich glaube, du solltest schon übernommen werden, oder? Äh. Ich glaube schon. Weil Cara existiert ja in diesem Sinne. Cara. Mrs. X existiert in diesem Sinne ja nicht. Okay. Pass auf. Oh, ich habe das mit Pasco noch nicht rückgängig gemacht. Ach, das meintest du mit Verwechseln? Ach. Jetzt weiß ich, was du meinst. Haha. Mrs. Handy. So. Äh. Dein Klon Pasco dürfte irgendwo noch hier rumhängen. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich habe nach dem Stream, ich habe ja momentan... Leute. Diese Corona-Scheiße, die geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Ich habe am Freitag, glaube ich, oder Samstag die Info bekommen, äh, dass sich meine Arbeitszeiten ändern. Ich arbeite jetzt sechs Tage die Woche. Wegen Corona. Ich würde am liebsten Corona nehmen und... richtig schön aufs Maul hauen. Wer ist dieser Corona? Und was hat er mit meinem Job zu tun? Haha. Mann. Sechs Tage. Und ich habe jetzt auch noch Spätschicht. Ich bin... Ich bin... Ich war so genervt. Äh. Ich und Reggie sind losgezogen und haben uns Alkohol geholt. Und ich schwöre euch. Ich habe... Ich habe es mir reingezogen. Von vorn bis hinten. Ey Schwede. Nein. So viel habe ich jetzt nicht gesoffen. Das war... Auch nur so... So Mix-Getränke. Weißt du? So was zum Entspannen. Da habe ich abends halt was getrunken. Es ist... Es ist nervig. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich muss diesen Samstag arbeiten, Leute. Ich muss diesen... Ich muss diesen Sam... Ich muss diesen Samstag arbeiten. Ich bin genervt deswegen. Naja. Gut. Hoffen wir mal, dass sich an Fallout Shelter so nichts ändert. So. Ihr könnt jetzt übrigens euer Gesicht ändern. Hier gibt es einige Bärte. Anderes Zeug. Oh. Was gibt es denn noch alles? Wo sind die... Wo sind die Ohren? Alter. 46... 48... Da. Deadline 1400. Na dann. Herzlichen Glückwunsch. Und dann testen wir mal, ob wir das hier ändern können. Weil ich bezweifle, dass es geht. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Machen wir einfach mal. Und dann... werde ich einfach mal versuchen, die Farbe zu ändern für dich, Deadline. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Warum sind das jetzt Kakerlaken? Hast du eine Waffe? Passt schon. Gut. Wir kümmern uns so lange um die anderen Vault-Explorer. So. Noch ein Bramineder kommt in den Shop. Sir Zero. Oh. Ich kann meinen eigenen Shop erweitern. Mit einem röstigen Lasergewehr. Einem Gaussgewehr. Zwei Kameras, ein Bramineder und ein Superkleber. Nice. Und einen Radaway bringe ich auch noch heim. So. Der Vault-Explorer bringt nichts mit. Hast du wenigstens noch ordentlich Waffe gesammelt? Naja, gut. Besser als nichts. So, Kara! Ein legendäres Rezept. Und ein Teddy bekommst du. Ich bin gespannt, was du da mitgebracht hast. Und für Joshua. Ein Braminleder. Entschuldigen euch noch. Robuste Gefechtsrüstung. So geil ist das jetzt auch nicht. Schade. Das ist das, was wir ohnehin schon haben, was bisher noch keiner gekauft hat. Ne, das schwere... Was war jetzt das Goldene, was wir mitgebracht haben? Ich weiß es nicht. Das ist ja, äh... Merkwürdig. Würde ich sagen. So, Vault-Explorer. Wo stellen wir euch hin? Was machen wir mit euch? Irgendwo müsst ihr hin. Aber ich will nicht so weit unten machen. Das heißt, ich muss... Ich packe euch erstmal da oben hin. Äh... Dann überlege ich mir was Neues, wo ihr quasi rumsitzen könnt. Wo sind die anderen Vault-Explorer jetzt hin? Hä? Headline? Achso, da! Ich dachte, hä, wieso sitzt der da nicht eine Stunde? Alles klar, 1400 hat es sich gekostet. Waxi läuft hier noch rum. Zack. Das ist der eine Vault-Explorer. Da ist der andere Vault-Explorer. Find ich das? Ja, wie sehe ich aus? Das soll grau sein? Ist ja ziemlich menschlich aus. Ich habe mir eine graue Hautformel gegeben. Die macht mich eher so... Sonnengebräunt wie hier. Ich weiß nicht, also... Hä? Wie, wie... Wo ist meine Klamotten denn da? Das ist jetzt nicht der Burner. Das ist E3-Rüstung. Ich bin jetzt nicht mit der E3-Rüstung ausgegangen, ne? Alles klar. Ja, gut, äh... Enttäuschend! Ich habe es mir ein bisschen krasser vorgestellt. Vielleicht investiere ich nochmal 50 Kronen Korken für eine etwas dunklere Farbe. Hoffentlich wird es dann eher dementsprechend, was ich hier im Kopf hatte. Ach, da ist der andere Vault-Explorer. So, ihr seid jetzt zu dritt. Okay. Ähm... Soll ich euch jetzt schon irgendwo hinschicken? I5 braucht ihr dafür? Ach, ich weiß, wo ihr hin solltet. Ihr solltet trainieren. Ganz wichtig. Gerade für solche Aufträge. Und ihr habt schicke Anzüge an. Hm. Das verleitet mich nahezu hier hin. Zwei Bewohner. Ich habe zwei Bewohner. Stufe 15. Hm. Aber ich glaube, jemand möchte das hier gerade bauen. Äh... Dementsprechend... Gucke ich einmal kurz in die Werkstatt. Äh... Hm? Oh, Pasco sagt, er verschrottet seine doppelläufige... ...Schrotflinte. Ist das ein Repetiergewehr? Wo ist sie denn? Abgesickte Schrotflinte. Moment. Ich gucke mal ganz kurz nach. Pasco. Inventory... Pasco. Abgesickte Schrotflinte. Doppelläufig. Die müsste hier ein Design. Aber ich glaube, ich habe sie einem World Explorer in die Hand gedrückt, oder? Ja. Sehr nett. Ja, dann... Müsst du die Waffe nehmen, die der andere mitgebracht hat. Ich glaube, das war die. Wenn nicht, dann werde ich das noch ändern. So. Was kriegen wir denn raus? Zwei Ventilatoren bekommst du. Ein Superkleber. Und zwei Globuli. Bitteschön. Wir sind erledigt. Werkstatt. Ich sollte hier öfters reingucken. Ähm... Buxi hat sein Plasmagewehr gebaut. Und Pyro möchte gerne förmliche Kleidung herstellen. Das können wir doch gerne machen. So, wo ist denn unser Pyro? Zack. Übrigens... Ne, ich mache das morgen. Ich muss das am Anfang der Folge machen, damit die Leute auch... Die meisten Leute sehen halt den Anfang. Irgendwann denken sie, oh mein Kaffee ist fertig, oder vergessen sie es. Deswegen muss ich das immer am Anfang der Folge sagen. So, Pyro möchte gerne die förmliche Kleidung herstellen. Und dann stell dich da mal hin. Robuste Gefechtsrüstung. S3 E2. Oh, ist okay. Baseballbekleidung A4. Das ist nicht schlecht. Dragsterfahrer. Offiziersbekleidung S5. Robuste Metallrüstung S3. Und Wrestler Outfit. Alles klar. Uh, können sie noch nicht herstellen, ne? Hm, 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 hm. Förmliche Kleidung. Ich sehe hier keine förmliche Kleidung. Da, förmliche Kleidung. Zwei Garen. Nein. Was machen wir jetzt? Ja. Äh, erstmal das ja alles weg. Äh, was hab ich mit dem Spiel... Ach da, oh, die brauch ich ganz wichtig. Für Deadline. Die dürfen nicht weg. Alles klar, komm. Glücksspiel, gib mir Garen. Garen. Ich möchte Garen. Komm, eins, ja, nice. Und... Eins. Nice. Mehr wollte ich nicht. Dann stellen wir mal deine förmliche Kleidung her. Kostet fünf. Ist jetzt nicht die Welt. Und zwei Garen. Seht ihr, was ich meine? Es ist ja fix gemacht. Soll er seine förmliche Kleidung bekommen, dann kann er höchstwahrscheinlich auf der Quest. Gut. Gut, gut. Habe ich noch irgendwas? Ich hab bestimmt irgendwas vergessen. Wenn das alles hier nicht aufgeräumt ist, am Wochenende räume ich nie auf. Ich räume immer unter der Woche auf, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Und deswegen habe ich am Anfang der Woche immer recht wenig Übersicht. Laserpistole. Tunte Laserpistole. Wie habe ich die denn jetzt schon wiedergegeben? Egal, das kann ich auch ein anderes Mal machen, wenn ich herausfinde, was sie hat. Na gut. Ich würde erst mal sagen, das war es für heute. Wir haben ja jetzt schon 20 Minuten durch. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann schauen wir mal, dass ich es alles aufgeräumt bekomme und alles, was fehlt, auf jeden Fall noch mache. Da kann ich doch einfach ganz kurz in meine Notizen gucken, ob da alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung. Wegen Mr. X müssen wir halt gucken. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Dienstag. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Und da ist alles in Ordnung. Okay?